Mercedes-Benz Fashion Days neigen sich langsam aber sehr am Ende zu. Heute ist Closing Night und vor der Show wollte ich von den Leuten wissen, auf was sie sich heute Abend am meisten freuen und was so Mode ganz persönlich für sie bedeutet. Was bedeutet für euch so Fashion Mode? Ich studiere Modedesign, also mir bedeutet es recht viel. Man kann sich damit ausdrücken und Mode ist einfach mit viel Spass verbunden. Man darf es nicht ernst nehmen. Es bedeutet mir insofern viel, dass es einfach eine Ausdrucksform ist von mir. Ich kann zeigen, wie ich gerade drauf bin, was ich für einen Stil habe. Es ist auch ein bisschen sich selber Sorge zu halten und das ist mir sehr wichtig. Ja, es ist ein Lebensstil. Ja, Lifestyle einfach. Wir arbeiten im Mode 6. Ich habe Fashion Design studiert, von dem her, ich bin eine Bloggerin und daher sehr viel natürlich. Alles. Es ist eine Kunst, es ist eine Leidenschaft und ich kann es mir ohne gar nicht vorstellen. Es ist etwas interessante Spannend! Und was waren dritte und daneben wieder? Ciao! Die Mercedes-Benz Fashion Day sind verwendet. Aber was wäre eine Closing Night ohne stilkrechte Partys dazu? Ganze vier sind zur Zahl. Ich bin jetzt vor dem Amber. Stürze mein Partygetümmel und lasse euch die Impressionen geniessen. Die Mercedes-Benz Fashion Day sind verwendet. Bis zum nächsten Mal.